Wie geht er hier? Mit dem Autobus. Der, der was tut, fährt. Wiener Lingen. Schleicht, ey. Wie hätt ihn her? Der Taxi nehmen, oder was? Von wo hast du? Von Siegerin? Von Stadtlau. Du hast gesagt, Stadtlau, du voll die ab. Nicht in den Hälften, hast du gesagt. Wir treffen sich drüben, weil du ein paar Stuhl hast, oder? Du voll die ab. Wir sind am Flughafen. Aber du hast gesagt, Stadtlau treffen sich. Ja, macht er auch noch das Huren? Ja, jetzt bin ich schon froh, weil er so lau aufgetan kann in der Wohnung. Und ich mich gelassen kann. Ja, eigentlich bin ich schon froh, dass er jetzt überhaupt da ist. Ich glaube, er ist gesturmt oder irgendwas. Wir ziehen. Wir haben zwei. Ja, warte, und wie hält es da well? Nein, ich halte es da well. Wollen kannst du sie, oder? Komm, mein Kühltreiber. Wenn du ihn hast, das trage ich noch mal beide. Der ist noch schwerer. Na, geh. Kuschblad, das Arschloch. Du kannst einem mal dir zumachen. Wem willst du irgendwas sagen? Du volltragst. Halt das, bevor ich einen Zaun priegel. Ey, komm. Du bist gerade der Erste, der was fällt. Und der Porträt. Das tragen wir jetzt an, komm. Ich trage gar nichts. Dann halt es dabei, dann lass mich dabei tragen. Du siehst leichtere. Dann trage. Halt ja, Brüssel. Soll ich dir die Tasche nehmen? Ja. Die wirst du aber tragen können, oder? Das ist nicht wahr. Ja. Die Handicapten wir ein bisschen aus. Das muss ich jetzt nehmen. Wie ist der Trottl? Na, weißt du eh, wo der 21. Bezirk ist, gell? Ja, und? Du weißt eh, dass du den Autobus fährst, oder? Ich hab's ja bis in den Autobus tragen, du volltragst. Alles mal. Ich werde dir gleich einmal zustopfen, du Idiot. Okay. Vollhomo. Hurenfigur. Warum ist der Hund aufgerissen? Mein Zathort! Du Idiot! Und wie ist der Hund jetzt hintragen? Der Grat!